Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und schreibt mich wieder für euren Battle for S.Lottenwegs. Und zwar gibt es heute wieder so eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch. Und in der kleinen Videoserie wollen wir ja mal gucken, was ich so die letzte Zeit an Gold erwirtschaftet habe. Und diese Woche muss ich euch sagen, ich habe fast nichts geboostet die letzten zwei Wochen. Also sonst habe ich ja immer den meisten Teil meines Goldes über Boosting erwirtschaftet, da ich im Moment jetzt nicht so dringend viel Gold brauche und ich ein bisschen faul war tatsächlich. Eigentlich haben wir nicht sonderlich viel geboostet. Was es sich jetzt am Ende ausgemacht hat, werden wir uns gleich anschauen. Und dann schauen wir uns natürlich, was ich natürlich schon gemacht habe, das an, was wir mit berufen, die zwei Wochen rausgezogen haben. Und da würde ich sagen, guck mal einmal in meine Tabelle. Wir sind mittlerweile hier relativ weit unten und zwar bei Woche 43 und 44. Bald haben wir das Jahr einmal komplett durch. Und für die Leute, die noch nicht dabei waren, ich habe in der Zeit relativ viel Gold umgesetzt. Teilweise, ja, in einem Monat über 10 Millionen Gold. Also da ging schon einiges. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Ich habe meine ganzen TCG-Mounts und dieses ganze Zeug fertig. Ich brauche nur noch ein bisschen Transmog. Und jetzt bin ich mehr in alten Instanzen unterwegs als am Gold machen. Aber dennoch haben wir ein bisschen was erwirtschaftet. Und das letzte Mal waren wir dann bei 8,8 Millionen Gold. Und was habe ich jetzt die letzten zwei Wochen ausgegeben? Ich habe einmal 200.000 ausgegeben, das war für Transmog. Dann hier 145.000, dann 367.000 und dann nochmal 50k. Zusammen sind es irgendwie so 700.000, 800.000 Gold. Haben wir für Transmog wieder reingeputtert an irgendeinem Stuff. Es war gar nicht so viel, aber die Sachen, die ich jetzt halt noch brauche, sind sehr, sehr teuer. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ja, dann sind wir jetzt quasi overall nach den Ausgaben. Die wollen wir ja quasi rausrechnen, dass wir nur das, was wir quasi als Gewinn durch Berufe oder Boosting gemacht haben, sehen. Und dementsprechend ist das unser Ausgangswert. Und mal gucken, was wir da reingeholt haben. Ihr seht, das letzte Mal war ich auf dem Main-Account. Da mache ich eigentlich wirklich nur mit Main was bei 2,9 Millionen. Und sonst ist es immer ein guter Push nochmal durch Boosting-Sachen. Diesmal ist es eigentlich kaum was bei 2,981. Also heißt kaum Unterschied hier zwischen dem, was wir vor zwei Wochen hatten und jetzt. Ich habe nur quasi diese 150k knapp ausgeglichen und ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe eine Vision geboostet für 100k. Dann habe ich, was habe ich noch geboostet? Ich glaube, letztens war es einmal in, na, lasst mich nicht lügen, hier in Buralus, die Arena, die habe ich geboostet. Die ganzen Achievements für 150. Das war es, glaube ich, eigentlich großartig. Und ich habe zwar noch ein, zwei andere Visions geboostet, aber das waren tatsächlich Tauschgeschäfte. Da habe ich dann Transmox ertauscht, die auf meinem Server nicht drin waren und dementsprechend ein Video von mir hatte. Gut, nichtsdestotrotz, lass mal reingucken, was wir jetzt noch an Gold über Berufe gemacht haben. Ich habe mit dem Char hier einmal Schmied und Lederer und hier sind 114 Mails drin. Angezeigt werden schon mal 216k. Holen wir das mal raus. Ohne Scheiß, ich hätte es nicht gedacht, dass mal die Berufe mehr auf den Main bringen als das Boosting. Aber okay, anscheinend der Postkasten gleich aufgehängt am Anfang. Wenn ich jetzt so zurückdenke an manche Tage, wo ich am Tag fast eine Million gemacht habe. Naja, gut, aber im Moment bin ich auch kaum noch am Posten, dass ich Sachen booste. Viele Geschichten hier auf Antonidas, zum Beispiel auch die Visions, sind natürlich sehr eingebrochen. Ich habe am Anfang Visions für 300, 250k, also so 5 Mast & Clear Visions geboostet. Und mittlerweile sind da Leute, die bieten es halt für 50k an oder so. Und ich versuche halt immer noch 100k zu nehmen, dass es sich überhaupt lohnt. Oft booste ich halt Leute extreme und ja, da lohnt es sich dann auch nicht mehr. Der Freehold ist zum Beispiel auch weggebrochen. Da sind ja die Preise, ich habe letztens gesehen 3k für ein Freehold, für ein Level. Wo ich mir denke, da brauche ich dann nicht mehr Freehold boosten für die Beträge. Na, das rentiert sich dann einfach nicht mehr. Aber das Schöne ist so ein bisschen, dass ich nicht unbedingt aufs Gold angewiesen bin. Und dass ich dann halt nur die Boosts durchführe, wo es sich dann halt wirklich rentiert für mich. Und das ist eigentlich ganz angenehm, nicht davon abhängig zu sein quasi. Gut, dann haben wir nochmal extra 31k drin. Und damit sind wir dann bei 230, 34, 237 auf dem Main. Hier ist irgendwas abgelaufen, das können wir mal raushauen. Damit sind wir bei 3.031.000 und insgesamt bei 3,229 Millionen. Also ihr seht schon hier auf dem Main-Account, es sind ewig viele 120er-Chars. Aber fast keiner davon hat großartig Gold, weil ich das meiste mit den verschiedenen Servern auf dem 2. Account mache. Und nicht auf dem Main-Account. Gut, dann können wir gleich mal switchen. Und zwar auf meinem 2. Account. Da ist schon mein erster Char. Der ist ebenfalls auch von Ternidas. Und der verkauft halt Ramsch. Und wenn ich meine Ramsch, dann ist es halt auch Ramsch. Also Transmog und Pets und alles, was halt so anfällt. Ich farm nicht Transmog explizit, aber alles, was anfällt bei den Sachen, die ich sowieso mache. Und ich farm halt im Moment für mich selbst Transmog. Und da fallen halt ein Haufen Sachen an. Und ihr seht, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Items noch sind. Ich habe auch einiges aussortiert. Aber es ist viel Zeug, viel Rezepte, viel Transmog, viel Matt-Gedöns, alles Mögliche. Auch irgendwelche grauen Items, die versehentlich mit reingekommen sind, sehe ich gerade. Und ja, ab und an verkauft man immer irgendwas. Und wenn wir jetzt mal reingucken, naja, also dafür, dass es Ramsch ist, 76k. Was wurde hier zum Beispiel verkauft? Ein Bauplan wurde verkauft. Oder hier ein Medaillon der Legion wurde verkauft. Die habe ich übrigens in der Garnision rausgezogen. Wenn ihr ein paar Chars habt, wo ihr eure Garnisionen freigespielt habt, schaut immer mal wieder hin. Ab und an sind Medaillon der Legion drin. Gut, ich habe die jetzt hier für nicht sonderlich viel verkauft. Für 4K, aber auf vielen Servern gehen die so für 10K weg. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Krabbeumsteuerung haben wir verkauft. Nochmal irgendein Pad hier. Uh, für 20K, was ging da raus? Ramponierter Schwertgriff. Ich habe einen Transmog in, äh, Dings gefarmt hier. In einer von diesen, in Minen, Saronitminen? Irgendwie so heißen die. So einer von diesen 5-Mann-Innies in Red of the Lich King bei, bei ECC. Und da wollte ich einen Transmog haben vom Trash, ne? Und normalerweise farmen Leute die Instanz wegen dem ramponierten Schwertgriff, weil der relativ selten ist. Ich gehe da rein, farm da, nach ein paar Mobs habe ich den scheiß ramponierten Schwertgriff drin. Aber das Transmog, was ich haben wollte, habe ich nicht. Andere Leute, die farmen mir ewig diesen scheiß Schwertgriff und kriegen halt irgendeinen Shit-Transmog, das sie nicht haben wollen, ne? Du kriegst halt eigentlich immer irgendwie das, was du nicht haben willst. Ist relativ komisch. Gut, da haben wir jetzt rausgezogen 76K. Und ich bin jetzt mal, äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was ich mit meinem Berufs-Char alles komplett rausziehe. Denn, äh, ich habe ja vor zwei Wochen, also die letzte Periode, habe ich ja sehr viel geschaffelt. Da hatte ich ja auch Urlaub. Und da habe ich mir vorgenommen, komm, ich fange jetzt mal an und schaffle nochmal richtig viel Expulsum, bevor dann das Addon rauskommt. Heißt, ich habe mich hingehockt und habe mal auf allen Servern Stoffe gekauft. Also jetzt nicht kleine Mengen, sondern 100, 200, 300, 400, 1000, 400.000 Stoff teilweise. Ähm, auf manchen Servern habe ich Sahale ja gekauft. Da muss ich dann ein bisschen gucken, dass der Preis nicht nach oben schnellt. Aber es gibt immer den ein oder anderen, der jetzt noch, ähm, ja, ein bisschen was rumliegen hat an Stoff, das zurückhält. Ich habe nämlich auch da mal versucht, ein Reset zu machen. Weil wenn man alles rauskauft, kann man ja, ähm, da noch die Sachen teurer reinstellen und versuchen, Profit da rauszuschlagen. Aber es gibt immer Leute, die, äh, dann was in der Hinterhand haben. Nach kurzem ist der Preis dann wieder unten. Äh, egal. Auf jeden Fall habe ich dann so viel Expulsum geschaffelt, dass ich, ähm, auf Main wieder über 1000 Expulsum habe, dass ich auf einigen Twings wieder, äh, knappe 1000 habe. Ähm, und da natürlich auch extreme Kosten gab. Und diese Woche habe ich gar kein Expulsum geschaffelt. Also müssten wir fast nur reine Gewinne haben. So, das ist jetzt mein Schneider-Char hier auf Antonidas und VZ. Der hat jetzt gerade mal 41k rausgezogen, aber, ähm, ja, mit dem ziehe ich nie viel raus. Mit dem habe ich übrigens auch kein Expulsum geschaffelt, weil diese Schneider-Sachen hier auf Antonidas, ähm, sehr schlecht gehen. Und da dachte ich mir, komm, also der braucht nicht, also er hat keine großen Verkäufe, das zum einen. Und zum anderen, ähm, wenn ich was verkaufe, sind es minimale Gewinnspannen. Deswegen, ich habe, ähm, mit den Shars Expulsum geschaffelt, wo es halt auch einen gewissen Profit bringt, ja. Und das ist leider, Schneider, äh, sieht da nicht so gut aus. Ich mache teilweise mehr Gold mit dem, ähm, VZ-Muds, die ich wiederum dann verkaufe. Also ich, ähm, shuffle ja die Handgelenke, also ich bastle die mit einem Stoff-Char, bastle ich Handgelenke. Und die grünen werden dann, ähm, ja, in den Scrabble gepackt mit dem Char, wo ich Expulsum brauche. Und die blauen, die tue ich entsaubern. Und ich mache es halt oft so, dass der, ähm, Schneider-Char, auch der Char ist, der VZ hat, dass er dann gleich die Handgelenke, äh, dissen kann und ich sie nicht weiterschicken muss. Dann spare ich mir halt erstmal die paar Kupfer, ähm, Wegschickgebühr, was nicht viel ist, aber es ist halt ein Zeitfaktor, ne. Wenn ihr dann wieder alles da wegschicken müsst, beim anderen wieder rauspacken müsst, ist es ein Zeitfaktor. Deswegen macht es schon Sinn. Und auf den meisten Servern, ich bin ja auf mehreren unterwegs, habe ich es tatsächlich jetzt so gehandhabt, mein Schneider-Char ist immer auch der Char, der VZ hat, ne. Dass ich halt das gleich in einer Hand habe. Und auf vielen von diesen Chars mache ich mehr Gold, mit dem, dass ich pure Mats verkaufe, also VZ Mats, als dass ich, äh, dementsprechend das Schneiderzeug loswerde. Und man könnte auch Rollen basteln, aber oft brauchst du halt dann die Rang-3-Sachen und die habe ich mit den Twings nicht. Also die ganzen Twings haben keinen Ruf, die haben keinen Gear, die haben eigentlich nur die Berufe hochgespielt, ne. Und wenn man, wenn du Rang-3-Rezepte für Ruf irgendwo kaufen musst, die spielen jetzt nicht auf respektvoller ehrfürchtig mit den Twings. Das ist es mir jetzt nicht wert. So, hier ist mein, ähm, Injicha, 51k war rausgezogen, mit dem verkaufe ich nur zwei Items. Eine Schusswaffe und einen Streitkolben. Also ist es nicht sonderlich viel an Sortiment, aber, ähm, zumindest 50k kann man jetzt nicht motzen. Zusätzlich hätte der theoretisch auch noch Juve, aber mit Juve mache ich nichts. Juve hat leider das Problem, du kannst nur 310er-Ringe herstellen. Und ich habe es eine Weile gemacht, dass ich diese 310er-Ringe verkauft habe, ähm, aber die sind mittlerweile so eingebrochen, das rentiert sich nicht. Das sind halt, ähm, keine Ahnung, wer kauft denn jetzt noch 310er-Ringe, wenn wir mal ehrlich sind. Das ging mal eine Weile ganz gut, da habe ich da auch ein bisschen Profit gemacht, aber, ja, leider gibt es beim Juve keinen Expulsum-Item. Also keins, was du verkaufen kannst. Du kannst zwar Ringe herstellen, aber die sind halt seiengebunden, die kriegst du nicht verkauft. Und das Einzige, was du dann hast, sind halt die 310er und das ist halt ein bisschen kackig. Und mit Sockel brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Es gibt bestimmt jetzt den einen oder anderen, der sagt, hey, ich mache aber mit Sockel einen Haufen Gold, aber wenn ich jetzt so reingucke, viele der Epic-Sockel kosten teilweise 20, 30 Gold oder manchmal habe ich sie auch für unter 10 Gold gekauft, die Sachen, wo ich mir denke, da ist mir einfach zu wenig Gewinn. Weißt du, ihr müsst halt auch mal ein bisschen die, also klar kann man da Gewinn machen, aber man muss halt immer auch ein bisschen die Zeit gegenüberstellen. Ich muss bei den Chars einloggen und ihr seht meine Ladebalken wegen meinen ganzen Add-ons hier mit Older Things und Alkoholik und so dieses ganze, das zieht den Ladebalken so hoch. Und ich habe WoW schon auf der SSD, eigentlich nicht so einen schlechten PC, aber diese Ladebalken, weil es diese ganzen Sachen laden muss, das zieht sich dann schon. So, als nächstes haben wir hier meinen Inschriftenkunde, Char und Alchi. Alchi wisst ihr, nutze ich nicht, aber Inschriftenkunde nutze ich. Und da seht ihr, haben wir Copenium verkauft und zwar einige. 63K ist nicht toll, aber ist okay. Nehmen wir mal mit raus. Warum ich Alchi nicht nutze, man könnte die Tränke und Pots und so herstellen, aber da ist halt immer so ein Gämbel auf Procs und ich habe das mal so ein bisschen getestet und meine Tests verliefen eher so, dass ich Minus gemacht habe. Und wenn ich nur auf eine Chance Plus mache, ich weiß nicht. Also, wenn, dann will ich so ein bisschen eine Sicherheit haben, ein bisschen kalkulieren können, okay, das und das, da habe ich die und die Gewinnchance, wenn ich das herstelle und nicht irgendwie, ich muss da jetzt noch rumgambeln. Das, ach, ne. Ich habe da dann, ich weiß nicht, ich habe mal so 30, 40 hergestellt und unterm Strich das umwandeln und herstellen und habe dann noch Minus gemacht und habe halt auch noch diesen Zeit-Invest gehabt und das dachte ich mir, ne, komm, das ist es nicht wert. Und zusätzlich, ich habe jetzt auch noch nicht alle Level 3 Rezepte, aber ich werde die auch nicht mehr fahren, also jetzt lohnt es sich nicht mehr. Jetzt nochmal groß mit Berufen einzusteigen ist, glaube ich, Käse. Deswegen haben wir Alchi habe ich raus und Juve habe ich raus. Ursprünglich dachte ich, Inji zieht auch nicht, aber tatsächlich, die Inji-Waffen, das geht. Und was ich halt auch nicht mache, ist Bergbau und Kräuterkunde bzw. Kurschnern auch nicht, weil da muss ich auch aktiv was machen. Was im Moment auch so ein bisschen, wo ich ein bisschen faul geworden bin, ich habe früher immer die Sachen mehrmals am Tag eingestellt, heißt einmal eingestellt und so nach ein, zwei Stunden, teilweise sogar auch früher, wieder hin, gerepostet, heißt alle Items, die überboten wurden, rausgenommen, wieder neu eingestellt. So macht ihr auch wirklich den Gewinn, vor allem auf vollen Servern, weil wenn ihr nur einmal am Tag einstellt, dann macht ihr relativ wenig. Und im Moment mache ich es tatsächlich so, weil ich halt auch viele Server habe, dass ich es nur einmal am Tag mache, weil ich auch nicht zukomme bzw. dann den Zweiterkont für andere Sachen nutze, irgendwie einen Transmog zu farben, was eigentlich schlecht ist. Man könnte wesentlich mehr rausziehen. Gut, dann haben wir hier meinen Inji und VZ-Char. Hier eine Ausnahme bestätigt die Regel. Mit dem Char habe ich ja auf Hornseite Main geradet und dann habe ich mir, warum habe ich mir eigentlich Inji genommen? Ich glaube, es gab irgendeinen Inji-Kopf, der gut war, ne? Und deswegen habe ich mit dem Char Inji, meine ich. Oder war das, weil ich Inji noch als BFA-Beruf auf Max brauchte? Ich glaube, das war's. Ich möchte gerne erzählen, dass es wegen dem Inji-Kopf war, aber ich glaube, das war wegen dem Achievement, habe ich das gemacht. Weil ich hier mit dem Char Expulsum hatte. Und Inji ist einer der Chars, wo man am schwierigsten Expulsum kriegt. Also, oder wo man am meisten Expulsum braucht, so rum. Kriegen tut man es mit allen Chars gleich gut, aber du brauchst, um Inji hochzuskillen, brauchst du so viel Expulsum am Ende. Und das war, glaube ich, der letzte Beruf, der mir für das Achieve noch gefehlt hat. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt spiele ich den Chars Main, da werde ich wahrscheinlich am meisten Items kriegen, die ich scrappen kann. Damals hatte ich das noch nicht so auf dem Schirm, dass ich es ja mit den Stoffhandgelenken machen konnte. Ich habe dann am Ende grüne Items aus Maha gekauft. Wisst ihr, was ich an Gold gewastet habe? Also, bitte macht das nicht. Geht nicht her und kauft euch Greens aus Maha und versucht so Expulsum zu shuffeln. Dann könnt ihr so gleich sein lassen. Da sind die Gewinnspannen einfach zu gering, dass ihr dann noch Gold macht. Ja, wenn ihr Expulsum auf die Weise shuffelt, immer schön Stoff kaufen. Oder wenn der Stoff zu teuer ist, kann man auch alternativ Leder kaufen. und damit shuffeln. Meistens kostet das Leder aber ein gutes Stück mehr. Deswegen, also auf den meisten Servern, wo ich unterwegs bin, sind wir im Stoffbereich so zwischen 2 und 3 Gold. Wenn es viel teurer ist, dann würde ich es lassen. Manchen Servern mal 4, aber ab 5 Gold lohnt es sich nicht mehr. Außer die anderen Sachen hier, die Verkaufsgeschichten, sind bei 4.000, 5.000 pro Item. Also im Durchschnitt. Nicht mal 1 teuer verkauft, sondern im Durchschnitt. Dann kann man vielleicht nochmal drüber reden. Gut, dann habe ich jetzt hier meinen Schneider und Inschriften-Char. Da können wir auch mal rausholen. Das ist jetzt eine magere Beute, 35.000. Aber ihr merkt schon, es ist halt Ende von der Expansion. Da geht halt jetzt nicht mehr so viel. Aber zumindest ein bisschen was an Gold kann man noch machen damit. Das sind halt leider die Preise auch relativ weit unten. Ich habe jetzt einmal, wie gesagt, einen Haufen Expulsum durchgeschaffelt. Das werde ich jetzt noch bis zum Ende der Expansion durchhauen. Und ja, mal gucken, was wir jetzt dann die letzten 2 Wochen dadurch so erwirtschaftet haben. Ich hoffe zumindest ein bisschen was an Plus. So, letzter Char hier auf Blackmore. Meine Horden am Marder. Das war übrigens der zweite Server, wo ich angefangen habe, hier zu verkaufen. Ich habe ja angefangen auf Antonidas mit allen Berufen. Dann auf Blackmore. Und dann bin ich noch auf Eredar und Equin gegangen. Und habe das so ein bisschen unterschätzt, was das an Zeit in Anspruch nimmt, die ganzen Chars durchzulocken, alles aus dem HH rauszunehmen, alles wieder reinzustellen und die Sachen, die verkauft wurden, wieder zu ersetzen, also nachzukraften. Und was man dann immer auch noch ganz gut vergisst, sind halt auch noch zusätzlich das Expulsum. Das muss ja auch geschaffelt werden. Und dann, gut, die Matze aus dem HH kaufen, das ist kein Problem. Also ich fahre mir nicht selbst, ich kaufe alles aus dem HH. Ich wandle es bloß um und ziehe da quasi den Profit raus. Aber das darf man nicht unterschätzen. Ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht auf einen zweiten Account machen müsste. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich hätte jetzt nur einen WoW-Account, dann würde ich diese Art Gold zu machen nicht benutzen, weil dann würde es mich jeden Tag, weiß nicht, 1-2 Stunden kosten. das zu machen und das wäre es mir dann ehrlich gesagt nicht wert. Aber so kann ich es halt nebenbei machen. Das ist ganz angenehm. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr. Das ist mein Schmied und Leder-Char und auch hier haben wir wieder über 200.000 Gold drin. Das ist doch sehr schön. Ihr seht schon, der Char hat selber nicht mehr viel. Mit dem habe ich mir nämlich letztens einige teure Transmoks gekauft. Und ich auf irgendeinem Server habe ich mir auch, war das sogar hier? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Habe ich mir für 150k ein Transmok-Teil gekauft und habe dann festgestellt, dass es das Falsche war. Jetzt muss ich es wieder an den Mann bringen. Mal gucken, ob ich das wieder abverkauft kriege. Schauen wir mal. Ich habe schon Angst, dass ich über TSM dann das für einen Ramsch-Betrag raushaue. Also mal gucken. Ich hoffe nicht. Aber hier sind teilweise die Preise besser, als auf Lothar. Hier haben wir mal was für 6k, mal was für 4k, für 3k. Im Schnitt denke ich mal für 2. Was für 5? Ach, ich erinnere mich immer. Oh, hier haben wir was für 13k. Die Sachen kosten von den Herstellkosten eigentlich alles das Gleiche. Also so Pi mal Daumen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Manche Sachen kosten 2 Explos, manche 3. Also ein bisschen variiert das natürlich schon. Aber im Großen und Ganzen kosten die das Gleiche. Und wenn ich was für 2k verkaufe oder für 1k oder was für 10, habe ich halt eine wesentlich höhere Gewinnspanne. So, jetzt haben wir hier nochmal 80k drin. Dann haben wir ja sogar mehr als auf Lothar gemacht, oder? Was war es auf Lothar? Knappe 100, 230, 40, irgendwie sowas an der Drehung. Äh, Lothar sage ich. Antonidas. Lothar war mein erster Server, wo ich gespielt habe. Irgendwie komme ich dann immer auf Lothar, aber ich bin ja mittlerweile schon eine Langeweile auf Antonidas unterwegs. Uh, knappe 300k. Das war echt eine ganz gute Ausbeute. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Fast 300k. Da ziehen wir zumindest jetzt hier die Goldbeträge raus, die ich jetzt nicht durchs Boosten gemacht habe. Ich muss mal gucken, dass ich nächste Woche wieder ein bisschen mehr booste, tatsächlich. Ich hatte ja auch ein paar Angebote. Also ich hatte zwei Leute, die wollten Dings kaufen, ähm, das Mount aus Legion, diesen Falkenschreiter. Das kostet zwar nicht ziemlich viel Zeit, das zu boosten, aber das wäre dann halt, wenn die es komplett kaufen, eine Dreiviertelmillion, also 57.000 Gold. und das haut natürlich ordentlich rein, ne, wenn du, wenn du das machen kannst. Dafür, es sind x Stunden, die ich halt dafür mit beiden Accounts, äh, raushauen muss. Aber das wäre nochmal ein guter Push gewesen. Irgendwie ist das nicht zu Schande gekommen. Der eine hat sich nicht mehr gemeldet und beim anderen war dann irgendwie, ähm, hat man nicht gleich einen Termin gefunden. Mal gucken, vielleicht melden sich die nochmal. Vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen Gold machen. Weil ich möchte jetzt demnächst anfangen, so ein bisschen, ähm, Gold zu tauschen auf Servern, wo ich noch, ähm, wo seltene Transmog-Items drin sind. Ich hab jetzt noch so, weiß ich nicht, was sind es jetzt vielleicht so, sechs, sieben Items, die ich haben wollen würde, die relativ selten sind und die sind halt so selten, dass die teilweise nur auf ein, zwei EU-Reims überhaupt zum Aha sind, ne, oder manchmal vielleicht nur insgesamt auf allen EU-Reims vielleicht zehn, fünfzehn Items im Aha sind. Da muss man halt gucken, dass man es irgendwo günstig findet, weil auf dem Eigenkosten die vielleicht dann fünf Millionen einfach so random, ne, also, was ich halt dann doch nicht gewillt bin zu zahlen. Also, da muss man mal ein bisschen gucken. Deswegen, ähm, ist es ganz gut, da gibt es dieses Andermine-Journal, da kann man ein bisschen vergleichen und da bin ich so ein bisschen am überlegen. Deswegen, ja, Gold kann man immer gebrauchen. So, jetzt sind wir auf Equin und hier sind wir beim Schneider-Vorzetscher. Hier haben wir das wieder eingehalten. Meine Devise, Schneider und Vorzetscher möglichst immer auf dem selben Chart zu halten und hier haben wir auch noch ein paar Zauberstäbe. Die kann ich eigentlich gleich noch reinschmeißen, dass wir das jetzt nicht vergessen. Bin schon mal gespannt, was wir Overall am Ende haben. Ein bisschen, also ich habe zwar kein Expulsum geschuffelt, ein bisschen Kosten habe ich aber dennoch. Einfach nur, weil ich halt auch Mats kaufen muss. Also, das bleibt ja nicht aus. Ich muss ja trotzdem Erze kaufen, Leder kaufen, Stoff kaufen und so weiter, dass ich die Sachen überhaupt herstellen kann. Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben noch gar nicht eingetragen, was wir auf dem Main-Account jetzt haben. Und zwar switchen wir nochmal auf den Main-Account. Wir sind jetzt beim Main-Account bei 3.229.000. 3.229.000. Gut, dann haben wir auf dem Main-Account dennoch nicht ganz, aber knappe 500.000 gemacht. Und 200 irgendwas, ja, okay, dann waren es halt wahrscheinlich etwa, fast 250 fürs Boosten, 250 fürs Ding, also eine halbe Million. Das ist jetzt nicht berauschend, ehrlich gesagt, aber ist okay, ja. Jetzt schauen wir mal, was wir auf dem zweiten Account noch so reißen. Ich hoffe, ich hoffe doch ein bisschen mehr. Das Problem ist, ich habe mir halt auch hier mal irgendein günstigeres, günstigeres Transmock gekauft, in Anführungszeichen, da mal und günstiger rede ich, wenn es halt unter 10.000 ist. Die Sachen, die über sind, da kaufe ich ja nicht so oft was, obwohl jetzt die letzten Tage auch bestimmt 5, 6, 7 Sachen, also da geht natürlich schon das Gold raus und merkt es. Aber schon langsam kriegt die Sammlung immer ein bisschen voller. Gut, dann haben wir den Schmiede und Leder-Chyr hier auf Equin. Jetzt gucken wir, was wir da so drin haben. Hm, okay, auch nicht schlecht, 174.000. Wenn wir nicht so allzu viel ausgegeben haben, dann kriegt man zumindest die Millionen zusammen, oder? Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es zumindest. Äh, ja. Weil ich habe die Woche schon ein bisschen Angst gehabt, dass man, ah, du hast ja irgendwie so gar nichts gemacht, vor allem im Boosting-Bereich. Ob das dann reicht? I don't know. Okay. Wackt's wieder ein bisschen rum. Hier haben wir auch eine Stangenwaffe für 13.000 verkauft. Das ist ganz interessant zu sehen. Teilweise sind Leute gewillt, diese 400 Items, zu kaufen. Es ist ja so, dass die auch verschieden proggen. Also heißt, das kann halt die Stangenwaffe eben mit dem Stat Tempo Crit drauf sein, Tempo Mastery und so weiter halt. Also die ganzen verschiedenen Stats. Und teilweise sind die Waffen drin halt für 1.000, 2.000 Gold und manche wie die eine Waffe jetzt für 13.000. Jetzt gibt's Leute, die sagen, okay, ich brauche aber eine Waffe mit Mastery Versa und dann gebe ich halt das Fünffache oder Sechsfache aus, um die Waffe zu kriegen. Prinzipiell ist es ja clever zu sagen, okay, ich kaufe mir eine Waffe mit Stats, die für meinen Char gut sind. Also natürlich, Stats macht mehr als Item Level aus, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, wenn man sich im Moment in dem aktuellen Stand von dem Game ein Item kauft im Auktionshaus, was ich verstehen kann, einfach mal das 400 oder Zeug zu kaufen im Moment ist relativ günstig, hat mir den Char auf einem relativ soliden Stand schon mal, dann würde ich mir einfach das günstigste mit dem Item Level kaufen, weil das sind ja Sachen, die du nicht lange trägst. Du kaufst dir, dass du einmal vielleicht vernünftig mit dem Plus Null laufen kannst oder irgendwas anderes, nur dass du nicht dein grünes Level Item anhast und dann tauscht du es ja relativ schnell gegen das nächste aus. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum da Leute dann gewillt sind, das X-Fache auszugeben. Ob du jetzt ein Gammel Item hast mit Tempo Crit oder Master Versa, dass du eh nur Tempo Rea trägst, da würde ich, also ne, und ich hab relativ viel Gold an sich, ne, da würde ich sogar geizen und sagen, dann kauf ich mir halt das bisschen günstigere, aber naja, vielleicht sind dann Leute, die sagen, oh, das trage ich wahrscheinlich lang, weil ich halt nicht viel in dem Spiel mache und dann macht es vielleicht auch wieder Sinn. Gut, dann haben wir jetzt hier noch, was hat der Inji und In-Schriftenkunde, 57.000 haben wir da wieder drin, was haben wir da? Verkauft ein teureres für 7k und den Rest für 1, 2k, ne? Prickelnd sieht anders aus, oh, die Compendium für knappe 1.000 ist halt schon nicht mehr wirklich im effizienten Bereich, ne? Naja, okay, dann sind wir auch auf Equin durch, dann haben wir jetzt nur einen Server und zwar müsste das Eredar sein, da schauen wir mal noch rüber und ich wollte eigentlich mal nochmal so grob gucken, wie viel Expulsum ich noch mit den Shars habe, ne? Ob ich, ähm, also, ich sag mal so, bis zum Pre-Patch würde ich nochmal kleine Mengen Shufflen, ab dem Pre-Patch, ich glaub, dann würde ich auf keinen Fall noch Expulsum Shufflen, dann lieber versuchen das loszuwerden und wenn ich die Sachen nicht loswerde, dann so ein bisschen besparen, weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn dann das Add-on rauskommt, Shadowlands, vielleicht ein bisschen Zeit vergeht, man kann auch versuchen, die Sachen dann als quasi, Anführungszeichen, Transmog zu verkaufen und dann wartet man halt einfach ein bisschen und craftet das Zeug dann als Transmog, weil ich denke mal, in den nächsten Add-on werden nicht besonderlich viele Leute Shufflen, beziehungsweise Expulsum an sich haben und diese Sachen herstellen, ne? Da könnte man vielleicht auch drauf spekulieren, wahrscheinlich ist dann aber eher das Add-on nach Shadowlands dann, ähm, was man anpeilen sollte, weil Shadowlands ja dann noch zu nah an der Expansion ist, also ich denke mal, jetzt Leute, die Transmog haben wollen, würden, die haben sich jetzt gekauft, wo die Teile ja teilweise 1,2k nur kosten, also ich denke mal nicht, dass man da die großen Mengen los wird, so, dann, ähm, gucken wir einmal hier in den Postkasten, das machen wir selbstverständlich zu, mit dem Char habe ich Schneider und VZ dabei und da haben wir auch um die 55k, das sind irgendwie die Beträge, die ich auf vielen Chars habe, ne? Um so die 50k, ja, sowas geht es immer, aber auch hier haben wir jetzt nicht mehr, nicht mehr den großen Absatz, aber mit den, mit der Anzahl an Chars, die ich habe, summiert es sich halt zusammen. Das Problem ist halt auch, äh, das Ganze ist ja leider kein Gewinn, sondern das ist Umsatz, ne? Der Gewinn ist leider nur ein Teil davon, aber das werden wir dann nachher gleich sehen, ähm, was wir da tatsächlich dann Plus gemacht haben. Gut, zwei Chars haben wir noch, das ist jetzt dann mein Schmied und Lederer, der müsste ja hoffentlich dann nochmal ganz gut was einspielen und als letztes haben wir dann noch, ähm, ja, Ingi wieder und Inschriftenkunde auf, ähm, Equin und, Equin, beziehungsweise Eri, da habe ich es relativ ähnlich aufgebaut, das Ganze. Was ich jetzt nicht gemacht habe, was ich vergessen hätte, ich hätte eigentlich nochmal aufschreiben müssen, was ich am Anfang, äh, an Gold hatte, dass man auch so ein bisschen sieht, wie viel ich, ähm, ähm, wie viel ich quasi ausgegeben habe im Verhältnis zu, zu dem, was die Mattkosten wert waren, ne, also, das wäre noch ganz gut gewesen, das habe ich die letzten paar Mal gemacht, das habe ich blöderweise diesmal nicht dran gedacht, aber wie gesagt, ich habe eh nicht viele Mattkosten gehabt, ich schätze mal vielleicht, ja, es muss unter 100k sein, ne, gut, ich kaufe mir mal hier, ähm, 1000 Erze, die dann vielleicht mal 10, vielleicht 20.000 Gold kosten, die hier mal, also ich, meistens kaufe ich in Tausender, einhalten meine, ähm, meine Matts, also Leder und, ähm, Erze und so, dass es dann halt auch ein bisschen reicht, weil oft brauchst du ja relativ viel, außer das Zeug ist überteuert, ne, also wenn, wenn ich sehe, okay, das ist gerade relativ teuer im Verhältnis und da muss man halt auch, denke ich mal, ein bisschen Gefühl für kriegen, dann kaufe ich nur kleinere Mengen, also meistens so 2, 3, 400, dass ich gerade so das herstellen kann, was ich, ähm, noch offen habe. Gut, hier haben wir nochmal 140k drin, das ist leider der niedrigste Server, ne, also Schmiedelederer. Am meisten haben wir auf Blackmoor rausgezogen, da waren es fast 300.000, da war es das Doppelte, ja, krass. Anscheinend habe ich zu viel Konkurrenz auf Eredash, zumindest scheint es so. Blackmoor, na, ich glaube im Moment so der beste Server tatsächlich. Ähm, Antunidos kannst du ein bisschen vergessen, ne, da ist sehr, sehr viel Konkurrenz, leider, da sind die Preise auch ziemlich low. Seht ihr, ich habe halt auch immer, ähm, hier die Matts, die ich brauche, im Inventar noch rumliegen. Und der, das Expulsum ist schon ganz gut wieder zurückgegangen, ne, jetzt habe ich hier mit dem noch knappe 500 Expulsum. Ich schaue halt, dass ich auf dem Schmiede-Leder-Char immer das meiste habe, weil ich da auch, ähm, entsprechend am meisten Verkäufe habe. Erstmal geht, gehen die Rüstungsklassen am besten weg und Waffen vor allem. Weil Waffen, ähm, gibt es ja nicht so als Account-Bound-Geschichten, ne, also diese, was man in 8.3 jetzt reingekriegt hat, diese Account-Bound-Sachen, gibt es leider keine Waffen. Und dann sind viele gewillt, halt ein paar K für eine Waffe auszugeben, für den Twink. Deswegen ist das eigentlich so der Top-Seller. Also Schmiede, äh, Schmiedekunst ist, denke ich mal, der Beruf, wo man am meisten machen kann. Und ich vermute auch, dass das in der nächsten Expansion wieder ähnlich sein wird, ne. Solange man, ähm, solange man keine Artefakt-Waffe hat, so wie es in Legion war, ist eigentlich Schmiedekunst immer ein relativ guter Tipp, muss ich sagen. Gut, ähm, du kannst als Lederer, kannst du auch einen Bogen herstellen und als Inji kannst du auch eine, auch zwei Waffen herstellen, ne. Also, das ist jetzt nicht nur das Monopol von dem Schmiedekunst-Char, aber doch, die meisten Waffen hast du einfach mit dem Schmiedekunst-Char, ne. Also, da hast du das größte Supplement. Gut, dann, wie gesagt, letzter Char, das müsste jetzt, ähm, Inji und Inschriftenkunde sein. Und da, schätze ich mal, sind, 34k drin, oder? Sagen wir mal, was wir da verkauft haben. Weniger oder mehr? 51, gar nicht schlecht. Haben wir sogar mehr gemacht. Gut. Was habe ich denn jetzt auf dem einen Server? Waren es irgendwie knappe 200, äh, 300, 200, 200, ja, doch, eigentlich, also vom Umsatz müssten wir, müssten wir mit den ganzen Charts jetzt eine Million schon knapp geknackt haben. Es waren ja hier 50k, da 50k, müsste eigentlich schon hingehen. Was dann der Gewinn daraus ist, müsste ich halt gucken, jetzt stellen wir die Flinten noch kurz rein, dass wir das nicht vergessen. Und ja, ich habe auch eine Taste für, also ich klicke das nicht immer, ne, das ist jetzt bloß hier, weil es nur ein paar Sachen sind. Gut, ähm, dann gucken wir mal rein. Overall, 6.388.000, 6.388.000, okay, also der Gewinn ist auch, ziemlich, also ein bisschen über einer Million sogar, tatsächlich, ein bisschen über der Million, damit zusammen. haben wir sogar 1,5 Millionen plus gemacht. Boah, ich habe echt gedacht, kriegen, kratzen wir überhaupt einer Million, weil ich echt nichts, so gut wie nichts gepostet habe. Müssen überlegen, zwei bezahlte Boosts in, oder vielleicht waren es drei, ich bin mir jetzt nicht sicher, in zwei Wochen ist halt nix, ja, aber ich habe halt auch fast, ich glaube, ich habe die letzten, letzte halbe Woche gar nicht gepostet, ne, dass ich irgendwas anbiete. Die Leute sind eigentlich alle, wenn dann auf mich zugekommen. Gut, okay, damit wären wir am Ende von dem Video, wir haben doch wieder ganz okay plus gemacht, wir kratzen jetzt sogar fast an die 10 Millionen wieder, ne, dafür, dass ich eigentlich jetzt fast jede Woche raushau, ne, also hier 800.000, hier eine Million, da, über zwei Millionen, gut, was war das, achso, das waren hier, ähm, über 12 Millionen, hier war 19 ausgegeben, und gut, da waren es noch die großen Anschaffungen hier oben, aber jetzt sind es halt die kleineren mit einer knappen Million oder ein paar hunderttausend mit dem Transmog, da geht halt schon ganz gut was raus, ne, und dass wir trotzdem langsam wieder nach oben kommen, ist gar nicht so schlecht. Kann ich noch mehr für Transmog rausbauen. Gut, das speichern wir jetzt erstmal wieder an der Stelle, und ich verabschiede mich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die gerne in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, goldtechnisch, teilt die gerne mit der Community, euer Tela, bis zum nächsten Mal, äh, ciao!